Eine Person fragt, was passiert, wenn eine Person den Islam durch eine andere Person annimmt. Der Prophet, a.s.w. hat gesagt, dass dies, wenn Allah s.w.t. durch dich eine Person recht leitet, dass dies besser ist als die ganzen Gaben der Dunja. Also, dass dies eine sehr gewaltige und sehr gute Tat ist bei Allah s.w.t. Untertitelung des ZDF, 2020